Ich bin natürlich voreingenommen, weil ich ja die Konferenz moderiert habe. Gleichwohl bin ich begeistert vom Feedback der Teilnehmer, vom Engagement und vor allem der Bereitschaft dieser Branche, sich den Zukunftsfragen offen zu stellen, und zwar mit Realismus und mit Optimismus zugleich. Die Menschen brauchen Geschichten, die Menschen brauchen Inhalte. Und diese Funktion wird die Branche zukünftig genauso gut erfüllen wie heutzutage in neuen Formaten, mit neuen Medien, mit neuen Konzepten im stationären Sortiment. Und ich glaube, wir haben hier einen Aufbruch erzielt, ein Movens erzielt, das weit über diese Konferenz hinausreicht und die ganze Branche in die Zukunft kann. Vielen Dank.